hätten wir das uhr geschafft weiter geht's ich will mich nur noch verpissen ich glaube es ist ja ich hoch die einfach weiter macht die tür auf genau das ist krachen alter ich sterb gleich ich sterb doch nicht sterb doch nicht alter leck mir den arsch hier ist er los wird doch sterben du Arschloch du Sack alter nimm ne granate und tschüss yeah ok hier war's wohl ne Macke du Schwein alter das gibt's doch nicht wir machen euch alle platt alles den Erdboden gleich machen ich glaubte jetzt nicht was machst du denn auch Junge im lager noch da jetzt nicht mehr jetzt lebt er wieder alter na leck mir doch am Arsch alter Wadda oh bravo bist du okay was zum Teufel ist da passiert habt ihr noch ne Idee das Rathaus ist Geschichte scheiße diese Bastarde geh mir auf den Keks bleib einfach ruhig wir schaffen das schon bravo bravo wir lassen euch evakuieren haltet die Stellung ist der bescheuert verstanden Rios wir geben unser bestes haltet die Stellung dann haltet ihr mal die scheiß Stellung was denn wo denn haltet die Stellung gib dir gleich mal halt die Stellung du Alter hier ist Krieg so halt mal die Stellung mach mal scheiße Alter ich brauche Hilfe okay boah das ist aber echt zu ich bin oh Junge da ist ein Drogen immer wieder verscheißern hier ne stirb es gibt kein Heli bravo die LZ ist zu heiß wir arbeiten an einem Plan B bleib ruhig denen fällt schon was ein ja der war gut cool na klar so sieht irgendwie ziemlich frei aus alles hier sekel oder auch nicht ach du scheiße kamikaze typ püss dich Rios bist du da Rios scheiße man der holt sich bestimmt gerade einen Kaffee da wofür da da wofür Die Maske! Ah, wir haben es geschafft! Alter! Leck mich am Arsch! Boah! Ich gehe mal zum Arsenal, um mal meine Waffen oder so aufzurüsten. Weil wir ja jetzt durch vier Missionen oder so, vier Kapitel waren das ja jetzt. Ja, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, 11 kommt jetzt. Genau. Aber das war jetzt schon echt extrem krass, Alter. Leck mich am Arsch! Ah, hier mal die BR. Die sind aber viel schlechter. Der hat ein übelst geiles Agro, ne? Agro ist halt diese Koopkill. Also wie gut man im Koop damit, äh, zusammen jemanden killen kann. Das ist Agro. Ähm, Nachladetempo, Magazinkrise, alles übelst kacke, älter. Daher behalte ich mal die. Ja, mit der komme ich bis jetzt eigentlich ganz gut zurecht. Also, geht ganz gut hier mit dem Holovisier, das ist natürlich scheiße. Lesevisier, brauchen wir alles nicht. Geht halt gerne in Granatwerber, ne? Aber der kommt halt erst später. Mh, ne, Lesevisier, brauchen wir alles nicht. Hab die Magazin, Dings, dran geklatscht. Lauf. Präzisionslauf. Bringt ne bessere Reichweite, ne? Nehmen wir den mal. Kostet 2000. So, zack. Aufsatz. Bitte. Schaltdämpfer, ist alles minderwertig. Daher nehmen wir die Mündungsbremse. Kostet auch 2000. So. Schaft. Wo ist denn der Unterschied zwischen Sturm und Klappschaft? Also, ich weiß nicht. Sieht für mich eigentlich fast gleich aus. Guck mal hier, hier gibt es keinen Unterschied. Sturm und Klappschaft. Ja gut, äh. Kann ich hier irgendwo noch nachvollziehen, aber... Bringt ne bessere Mobilität. Standard ist halt so. Guck mal hier. Das ist ja minderwertig. Hm. Naja, kaufen wir auch mal, für 12,5. Magazine. Können wir nix anderes kaufen? Wie sie haben wir gerade. Also, auf zu den Skins. So. Ich brauche jetzt dieses eloxiert hier nochmal. War das auch eloxiert? Ja doch. Ich glaube, das war so. Wüste, glaube ich, hatte ich. Ich visite aber nicht mehr. Das ist so lange her, Leute. Das sind gelobt, die mir ja auch nicht. Glücklich spielt, wo es rauskommt, ne? Ich glaube, ich hatte die zu. Weil ich das irgendwie cool fand. Ich weiß nicht. Wieso nicht? Go, go. So. Ähm. Die Sekundärwaffe. Also die Schrotflinte. Da gibt's ja auch noch ne neue. Ne ASG. Da hat übelst scheiß Nachladetempo. Und ne scheiß Feuerrate. Oder? Ne, ne gute Feuerrate hat's. Und nen übelst krassen Schaden. Um die Kufenwaffe. Scheiße. Geht ja leer. Und die Seitenwaffe. Oh, hier sind ein schöner fettere Wolver, Alter. Wo ist denn das? What the fuck? Ja, das ist die, die wir jetzt haben. Am gutsten ist halt hier. Hier ist ne Mac. Hier ne M19, 11. Ach komm. Guck dir jetzt. Und die kann auch noch. Zumindest farbenmäßig pimpen. Farbmäßig. Heißt das. Nicht farben. Ach komm. Hier kannst du dir den Griff dann. Okay. Ich nehme wieder dieses Eluxiert, weil es Eluxiert. Es sieht irgendwie cool aus. Ich wieso nicht. Hat doch was, oder? Wieso nicht. Glänzend. So richtig old school, ne? Hier so, ne? Burgunder. Das ist ja Tarnung hier. Das ist ja. Das ist ja Quatsch. Komm, wir nehmen mal hier so eine richtig coole Farbe. Die zumindest eben irgendwie cool aussah. Ja die. So. Kostet 2,5 und ich hab nur zwei. Hier hab ich zwei. Dann hier die. Ja die Eluxiert. Die kosten alle 2,7. 2,5. Na dann. Agent. Also die Masken kosten ja auch alle zwei. Aber wir haben ja zwei. Das ist ja gut. Das sind hier so. Weh. Tarnmasken. Weiß ich nicht. Yeah. Captain America. Hahaha. Cool Alter. Ja ist klar. Okay. Das ist auch cool. Irgendwie. Das ist natürlich richtig cool so ein Skelett, ne? So sind Terminator mäßig irgendwie. Wieso nicht. Die wir jetzt haben. Weil ich hier. Sind schon irgendwie cool so so Masken, ne? Das ist die Standard Maske von Alpha. Bravo. Das ist die andere Alpha Maske und das ist die andere Bravo Maske. Wo sind die von Rios? Die kommen erst später, ne? Oder? Cool. Alsig. Ja von von Dings. Von von äh. 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 Dings. Äh. Ja. Ihr wisst. Mit vierten Namen war mir ein. Glupstück. Dead Space. Genau. Ich komme ich nun die, die gefällt mir irgendwie. So. Gewürfen. So. Jetzt sind wir wieder pleite. Dann war es auch schon wieder. Und auf geht's zur nächsten Mission. Jo. Auf geht's zu der nächsten Mission. Bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns kommt. Äh. Äh. Was jetzt. Was uns jetzt erwartet. So rum. Mann. Puh. phi countries. 就是 gibt das nicht mal schnell. Saß da nicht mal Speaker. Schaßen meine Grüße zuser und pahrieren, dass noch mal haben Es wenn perché sind nicht gewalt. Ihre La�box. Mensch.